Die Erinnerung an ihre Gesichter, ihre Gesten und ihre Stimmen verblasst langsam. Aber das Verblassen verstärkt das Schuldgefühl nur noch. Der Führer hat mir versichert, dass er großes Vertrauen in unsere Nation hat. Unter der Leitung Großdeutschlands erwartet uns eine freudige Zukunft im geeinten Kreis der europäischen Völker. Wie heißt du? Karl. Ich auch. Karl Tammig. Vom Tammighof. Oberfeldwebe Jüri Jüge, guten Tag. Ich glaube, das ist für Sie. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ich kenne eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg von zwei Brüdern, die so zusammenklebten, dass am Ende eine Kugel sie beide getötet hat. Die Jungs sind ihren ersten Tag an der Front und du reißt schlechte Witze. Wie ist das hier in Ihre Hände geraten? Im Gefecht. Genosse Jüge, kommen Sie bitte mit. Du wirst mir in Zukunft jedes noch so kleine antisowjetische Verhalten melden. Egal ob einfacher Soldat oder höherer Offizier. Das sind die russischen Stellungen. Hier ist ein Minenfeld. Wir kommen von hier. Hier. Bei diesem Hof durchbrechen wir die Linien vom Fritz. Ich fühle mich gerade komisch. Irgendwie, als wenn ich gar nicht ich wäre. Sagt ehrlich, wer von euch war nicht in der deutschen Wehrmacht? Ja, aber was machst du, wenn plötzlich ein Ester in russischer Uniform vor dir steht? Dein eigener Landsmann? Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit. Ähnlichkeit? Untertitelung des ZDF, 2020